Geht es Ihnen auch manchmal so? Sie würden gerne mal wieder ein Buch lesen, aber Sie haben keine Zeit. Sie wollten schon lange mal wieder ein Treffen mit alten Freunden vereinbaren. Eigentlich wäre es schön, sich einfach mal nur ein paar Stunden Zeit für sich selbst zu nehmen, aber es ist noch so viel zu tun. Wir leben in einer rasanten Welt. Alles muss schnell gehen und immer effektiver. Wir rennen und rennen und wissen eigentlich gar nicht mehr richtig, wohin überhaupt und manchmal nicht mehr warum. Mal einen Moment innehalten, sich umsehen, die eigene Zielrichtung überprüfen oder einfach nur das Leben und den Moment genießen? Nee, dazu ist gerade keine Zeit. Später vielleicht. Wir sind wie der Hamster im Hamsterrad. Wollen wir eigentlich leben oder gelebt werden? Das ist eine wirklich ernsthafte Frage. Sie bringt uns zurück in unsere Selbstverantwortung. Denn so hart das klingt, niemand da draußen stiehlt unsere Zeit, ohne dass wir das wollen. Wir selbst entscheiden uns dazu, bewusst oder unbewusst. Das einzige Mittel, Zeit zu haben, ist, sich Zeit zu nehmen, denn das Leben ist immer jetzt, nicht später. Zeit ist unsere wichtigste Ressource, nicht Geld. Und natürlich gibt es tausende Gründe, warum Sie sich keine Zeit nehmen können für sich selbst und das, was Sie gerne tun würden. Glauben Sie mir, ich kenne Sie alle, diese Gründe. Aber wenn Sie wirklich etwas verändern wollen, dann brauchen Sie die Gründe, warum es geht, trotz aller Widerstände. Weil Sie sich wichtig sind. Weil das Leben nicht nur aus Pflichten besteht. Weil Sie auch mal auftanken müssen. Weil Ihnen die besten Ideen kommen, wenn Sie Muße haben. Weil es wichtig ist, ab und zu mal nach innen zu lauschen und zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade? Und hier mein Vorschlag, wie Sie das Ganze wirklich in Ihr Leben integrieren können. Ich nenne die Methode Happy Hour. Gönnen Sie sich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde nur für sich selbst. Oder jeden zweiten Tag eine ganze Stunde. Geben Sie dieser Zeit Priorität und nutzen Sie sie für den wichtigsten Menschen in Ihrem Leben. Sich selbst. Das ist Ihre Happy Hour, Ihre Pause vom Alltag und von den Pflichten, Ihre ganz persönliche Insel im Alltagsstress, in der alle Verpflichtungen Sendepause haben. Ich verspreche Ihnen etwas, Ihre Aufgaben laufen nicht davon. Nehmen Sie Ihre Happy Hour in Ihre To-Do-Liste auf und hören Sie bloß nicht auf diese fiese Stimme in Ihrem Kopf, die Ihnen sagt, dass Sie keine Zeit dafür haben. Wenn Sie am wenigsten Zeit haben, brauchen Sie Ihre Happy Hour am meisten. Fangen Sie einfach damit an und Sie werden ein Wunder erleben. Wenn Sie sich erlauben, sich jeden Tag Zeit für sich zu nehmen, alle Geschäftigkeit zu unterbrechen und einfach nur mal zu machen, auf was Sie Lust haben. Spazieren gehen, einfach da sitzen, einen Brief schreiben, lesen oder meditieren. Dann werden Sie auftanken, runterfahren und können so zufriedener und glücklicher werden. Das wünsche ich Ihnen herzlichst, Ihre Claudia Bechert. Nachlesen und nachhören können Sie diesen Beitrag auf www.leben-lieben-lassen.de